Hallo liebe Rapid-Fans, da ist der Max Ullmann. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr mich zum Rapidler der Saison gewählt habt, dass ihr es nach dem Rapidler des Jahres und dem Tor des Jahres jetzt zum Rapidler der Saison geschafft habt. Das macht mich natürlich irrsinnig stolz, es bedeutet mir sehr viel und ich bin sehr dankbar dafür. Ja! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018